Herzlich willkommen in FENKRIEDEN, im Zuhause von mehreren Hundert Online-Gärten. Ich bin Raphael. Und ich bin Sarah. Und zusammen sind wir Gründer von maifeld.ch, am ersten Online-Garten in der Schweiz. Auf die Idee eines Online-Gärten sind wir gekommen, weil wir uns gedacht haben, es wäre doch cool, wenn man sein eigenes Gemüse nach Hause bekommt, aber ohne im Garten etwas machen muss. Und darum haben wir das dann gegründet. Mein Feld funktioniert so. Du kaufst dir online deinen 16 Quadratmeter grossen Garten. Den kannst du dann auf eine spielerische Art und Weise über unseren Konfigurator bepflanzen. Sobald du diese Konfiguration gemacht hast, geben wir das unseren Bauern. Diese setzen deinen Garten in Realität um. Sie pflanzen und säen und pflegen dein Gemüse, bis es reif ist. Und in der Zwischenzeit kannst du dem per Webcam zuschauen. Und sobald dein Gemüse reif ist, wird es geerntet und bequem zu dir nach Hause geschickt. Und das in der Regel wöchentlich. Das Ziel des Maifeld ist es, den Food-Waste-Anteil im Gemüseanbau in Zusammenarbeit mit der Natur zu reduzieren. Und gleichzeitig fördern wir die Biodiversität, indem wir zwischen unseren Feldern Wildblumen anpflanzen. . Bis zum nächsten Mal.